Hallo und herzlich willkommen hier ist der Thomas von World Gameplay und hier ist das Let's Play der Landwirt 2014 und versprochen auf meinem PC mit der neuen Grafikkarte GeForce und los geht's wie ich es euch versprochen habe und zwar geht es mit der Karriere los machen die Karriere noch einmal da es ja auf dem anderen nicht so gut ist danke ich habe gerade Schokolade bekommen weil ich gerade hier die Kuh sehe es läuft auf meiner Zunge so los geht's wir kommen bei der Landwirt W.A.S.D. bewegen jetzt folge dem Kreis welchen Kreis denn wo ist denn der Kreis wie wir sehen läuft es auch wieder flüssig Hühner Enten Kühe danke gut 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 die Hühner brauche ich hier weil die schlachte ich dann am 20 ab für meinen Braten am 20 Weihnachten ich weiß ich bin gemein sorry liebe Tierschützer äh hier sind die nächsten Grete gehen wir auch schnell hin parkst du deine Fahrzeuge ja Huch Achso in den Doktor einsteigen ok aber zuerst äh Ton ein bisschen runter jetzt hat so drücke Z um dich vorwärts zu bewegen so hochschalten ist F ich muss aber wo muss ich überhaupt hin zur Tankstelle fahren ok hoff hofftanklager Menü dein Fahrzeug Lindner gefüllt mit 119 Liter Treibstoff auf füllen ok Tankstelle ist es viel billiger das kann man ja schon ich mach das nur noch einmal ja hallo fortsetzen hier in den Silos klagest du die Ernte ok achso ich muss ja hier rückwärts fahren so jetzt noch zum Lager so jetzt noch zum Lager hu so Lager genau so jetzt flügen wir noch einmal aber jetzt diesmal schneller da achso so ankoppeln jetzt an dann fahren wir doch mal zum Feld um Gottes Willen so hier sind wir schon dann flügen wir mal hier so runter lassen zack und los hallo also so so Feld flügen genau das mach ich grad so das ganze schöne Feld jetzt flügen so und so Geht auch diesmal etwas schneller, so, hoch damit und andere Seite. Oh, Alter, das ist real. Uh! Okay, runter, hoch meine ich. Ach so. So, und weiter fliegen. Warte mal, Ton. Letzter. Ach ja, wenn euch das Video gefällt, macht doch einen Daumen hoch. Und über ein Abo würde ich mich auch freuen. Und wenn ihr mich abonniert, dann könnt ihr immer auf die neuesten Videos von mir gespannt sein, auch auf das Let's Play hier von der Landwirt 2014. Und das werde ich ja durch Let's Play bis zum bitteren Ende. Oh! Okay, und runter lassen. Sehr schön. Und das ist so. Oh! 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 No, no, no! Geht da hin! Mensch! Tü-tü! Tü-tü-tü! Tü-tü! Und diese Seite! Tü-tü! Ich hoffe hier müssen wir jetzt nicht das ganze Ding machen hier. So, Bauer Heinrich. 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 Okay, weiter geht's. So. So, Bauer Heinrich. So, Bauer Heinrich. So, Bauer Heinrich. So, Bauer Heinrich. So. So, Bauer Heinrich. So, Bauer Heinrich. So, Bauer Heinrich. Ganz crazy Musik hier. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Spiel gut findet. Also ich find's gut. Wirklich jetzt. Das ist kein Einschleim oder so. Ich find's wirklich gut. Nein, nicht drehen. Hallo. Jetzt. So. Jetzt. Los geht's. Hallo. Jetzt. Mensch, diese Striche, die nerven mich. Die regen auf. Fie. Da 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 da. Das haben wir selber jetzt. Und runter. Und flügel. Naja. Ein paar Lücken sind schon drin. Na, können wir am Schluss nochmal überall drüber gehen. Nochmal gescheitig. Und da ist mein Kumpel. Der nächste Traktor. Feind. Okay. Wartet mal. Jetzt. Dann. Kurz. Hier. So. Weiter geht's. Dann. 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 Oh. Dann. 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 Hallo, weiter, nicht stehenbleiben. Bleibt immer stehen. Mann. So, nächster Strich. Jetzt haben wir es ja gleich. Mit dem Flügeln. Oder mit dem Flügen. Möhm. 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 Okay, hoch damit und drehen, zack, und rückwärts fahren, jawoll. So, genau, können wir ein bisschen Futter anpflanzen für die Tiere oder zum Verkaufen. 14 kmh fahren wir gerade, nicht viel, hoch damit, drehen. Und gleich weiter pflügen. Jetzt hätten wir es ja gleich. Mein Gott, immer diese blöden Lücken da, das nervt dich. So, hoch damit. So, und weiter pflügen. Du kannst wieder heimfahren, okay. Ich fahr mal heim, zack. So. Oh, Vorsicht. Oh, Alter. So, fahr ich wieder heim. Oh, Gottes Willen. Das schreckt jetzt um. Um ein neues Feld zu kaufen, musst du dorthin fahren und die Enter-Taste drücken, um das Menü zu aktivieren. Okay. Schön. Machen wir mal, zack. Um eine Maschine abzukoppeln, fahre ich sie mit R herunter. Und zack. Okay. Hammer. Also erst R dann. Okay. Auch verstanden. Jetzt müssen die gepflügten Felder kultiviert werden. Was heißt das? Kultiviert. Mit Wasser oder was? Vergiss nicht. Vergiss nicht. Komm ich da jemals raus? Äh. Vergiss nicht vor dem Ankoppeln eines... Wart. Ach, kultiviert. Äh, mit dem Kuppador. Okay. Okay. Oh je. Das auch noch. Na gut, dann kultivieren wir halt. Fahrer zum Feld. Oh Quatsch. Aha. Okay. Also erst mal gepflügt und dann grubbern. Ich nenne es nicht kultivieren. Ich nenne es immer Gruppe. Das ist eigentlich das gleiche, oder? Naja. Stopp, Alter. So. Jetzt kultivieren wir mal schön. Und los. Ah, noch feiner. Okay. Feld kultivieren. Okay. Also, das ist grob hier. Und das ist ganz fein. Schön. Das merkt man jetzt auch, weil jetzt wird es dunkel. Der hellbraunen. Und da brauche ich das Ding nicht nach oben, äh runter tun. Was? Ja, ja, ist schon recht. Machen wir es so. Dauert es auch nicht so lang. So, gut. Gut, die geht. Das dauert zu lang. Machen wir es so. Genau. Und da hockt ich drin. Ein Lindner, ein richtiger Lindner Traktor hier. Cool. So, Zerrewe. Kann man schön in einem Zug durchmachen. Oh, da fliegt so gerade der Dreck rum. Geil. Ah ne, ist der Schlappu. Hm. So, darüber. Ah ja, jetzt sieht man es. Okay. Es ist, so heller ist es geworden. Okay. Na dann. Es gräbt richtig rein. Das sieht man voll. Geil. Oh, da. De-de-de-de-de, de-de-de-de. Sprit habe ich noch genug. Okay. Nicht, dass ich hier irgendwie... Ja, ihr wisst schon. F2, Besitzer du. Feldgröße 60, Bereich gepflügt, Bereich kultiviert. Aha, okay. Da steht es ja, 61%. Düngerrate, okay. Geld, 20.000 haben wir jetzt. Eine Kuh haben wir. Ich habe aber keine gesehen. Fünf Hühner haben wir und null Enten. Wettervorhersage nicht verfügbar. Wetterstation kaufen. Okay. So, wir haben schon 70% kultiviert. Wir machen es natürlich komplett. So, wenn es auch gescheit ist. Brennt es dort drauf? Oh, das ist ein Grafikfehler. Ah ne, das ist ein Stück vom leeren. Okay. Gut, gut, gut. So, jetzt fahren wir da entlang. Wie, ich bin auf keinem Feld. Natürlich bin ich auf mein Feld. Was erzählst du da? So, ich bin jetzt hier gerade im Karriere-Modus. Man kann hier auch Freispiel machen, aber ich mache Karriere. Wir wollen hier was werden. Richtiger, erfolgreicher Landwirt. Und das Spiel gibt es auch derzeit bei Amazon zu kaufen. Für 20 Euro. Auch empfehlenswert. Ich habe dort auch schon einen Kommentar abgegeben. Als eine Bewertung. Du-zie-Dip-di-de-do-dap-dö-du. Du-zie-Dudu-dü du. Du-zie-Dü-Dudu-do-do-du. Die Musik ist einfach der Hammer. So, auch kultiviert haben wir es gleich. Und beim nächsten Mal machen wir dann andere Aufgaben. Und zwar schon übermorgen, weil jetzt kommt jeden zweiten Tag der Landwirt raus von mir. Also alle zwei Tage kommt ein Part Landwirt. Also jeden zweiten Tag. Müsst ihr immer auf meinen Uploadplan gucken, da steht es dann drin immer, wann der Upload, äh, wann der Landwirt kommt. Müsst ihr immer aufpassen. Dann gibt es immer eine neue Folge Landwirt. Und das auch in Full HD. In der besten Qualität. Musik Musik Ich habe gerade nichts gesagt, weil ich gerade Schokolade esse. Falls es euch gut lacht. Ja, auch ein Bauer gelüstet ist mal nach einer Schokolade. Ja, sehr witzig. So, jetzt haben wir es gleich. Wir haben es gleich kultiviert. Musik Musik Ahem! Ahem! So, die letzten Striche noch. So, hier noch drüber, jetzt da rüberfahren. Gut, 2% noch. Sieht ja schon gut aus, das Feld, sehr schön. Irgendwann sagt er mir auch mal, wo man das Zeug kaufen kann und so. Hoffe ich. Musik Okay, jetzt noch die letzten Fahrer. Musik Die, wo jetzt auch übrig sind, die machen wir jetzt noch. Musik Und dann, liebe Freunde der Nachtmusik, haben wir es. Musik Gut. Jetzt da unten noch. Musik Achso, ja. Äh, da rüber. Hier ist noch einer. Genau. Dann hier noch. Musik Musik Quasi. Pfff. Gut. Ja und, jetzt? Da auf dem, oder wie? Du kannst wieder heimfahren. Juhu. Okay. Fahren wir heim. Du bist ja auf keinem Feld. So, dann legen wir das wieder ab. So, dann machen wir das wieder ab. Äh, zum Laden. Wo ist denn der Laden? Saatgut? Saatgut im Laden kauft. Da vorne. Fahren wir auch mal schnell hin und holen Saatgut. Der Laden ist da vorne. Hä? Hä, wo denn? Achso. Pfff. Das ist der Laden? Sieh ich veralbern? Das ist der Laden. Sieh ich veralbern? Hä? Vielleicht der Laden. Das ist doch Wiese. Achso, da ist der. Oh. Okay. Gut zum Laden. Wo immer der Laden ist. Wo immer der Laden ist. Ist auch kein Laden. Achso, immer die Punkte folgen, oder wie? Aha. Okay. Ah, geil. Enter drücken für Feldkauf. Ah ja, okay. Strommasten. Ah. Cool. Also die Gegend sieht schon heiß aus. Huch. Wie in der Sahara. Hm. Ah. Die Frage ist nur, wo ist der Laden? Hm. Vielleicht dahin? Hm. Vielleicht dahin? Der Traktor hat jetzt auch schon den höchsten. Ein Lindner Traktor. Ich sparen auf jeden Fall auf einen Fan Traktor. Ich sparen auf jeden Fall auf einen Fan Traktor. Meine Lieblings Traktor Marke. Hallo. Na da vorne. noch mal. Ich sparen mit. Das ist doch der Laden. Ich sparen mit. Oh nein. Geiler Sing! Jetzt fahr ich hier einmal um die Map rum oder was? Jetzt hier mal ein Laden kommt. Oh man ey. Na ja. Irgendwann läuft mir hier ein Wildschwein vor die Nase, oder nicht? Kommt ein Wildschwein auf Rollerblades. Ist das vielleicht der Laden? Ding, 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 ding. Ja, da seh ich nix. Wir kommen ja wieder rum. Was ist denn das da? So kein Laden. Wo sind eigentlich meine Kühe? Eine Kuh muss da sein und hier ist ne geile Brücke. Oh, geil. Wie beim Sonderfahrzeug Simulator. Cool. Ist da auch kein Laden? Ist ein Felsen? Ach, ich muss da rüberfahren oder was? Geil. Du solltest mindestens... Äh. Du solltest mindestens 1200 Kilogramm Weizen kaufen, wenn du weniger... Was? Oh, sorry. Ne, ich bin da. Ich fahr jetzt da. Das ist meine Spur, ja. Ihr folgt mir schön. Ja, schön folgen jetzt. Wir sind hier auf einem Konvoi. Konvoi. Ah, das sieht man hier nach dem Laden aus. Was ist das da? Ich kenne ich gar nicht. Was steht da oben? Oh, ich seh nix. Ich drücke Enter für das Lagermenü. Ah, kaufen. Okay, cool. Ja, und was jetzt? Weizen oder wie? Machen wir mal Weizen. So. So wie es gesagt wird. Wetterstation kann man auch kaufen. Hühner kann man kaufen. Enten, Kuh. Kuh, ja Kuh. Kühe. Dünger. Eine Lupine oder so ähnlich. Soja. Ah, Soja. Erbsen, Raps, Gerste, Mais, Weizen gibt es da. Okay, cool. Ähm, na na na. Äh. Enter. So. Und jetzt? Jetzt, äh. Du kannst wieder heimfahren. Okay. Den ganzen Drecksweg wieder nach Hause fahren. Guck. Woah, Alter. Ich tippe hier oben hier. Okay. Wider nach Hause. Weißt du, Spaß macht's, gell? Als former Hammi. Ham, ham, ham. Oh Gott, jetzt darf ich den ganzen Weg wieder nah ausfahren. Meine geile Musik kommt wieder. Jetzt fahren wir eine Abkürzung, oder wie? Zur Zeit, jetzt fahren wir über das Feld. Geil. Werden die Dinger auch schmutzig irgendwie? Aber am Agrar-Simulator wurden sie schmutzig. Nee, ne? Nee, wird nicht schmutzig. Huh, muss ich hierbleiben. Na, so kann man aufhauen. Geil. Schön auf das Gefühl hier achten. Das ist auch mal eine geile Perspektive. Huh, Gott. Alter, erschreckt mich. Oder mal so fahren. Vielleicht kann man auch fahren. Muss nur unten auf die Arcade gucken. Hier kann man eigentlich das Licht einschalten von dem Ding. Von dem Traktor. Wenn man das wüsste. Huh. Schön auf dem Weg bleiben. Oder mal so fahren. Nee, jetzt fahren wir doch gescheit. So. So, damit es eigentlich normal ist. Ich bin eh nicht normal. So. Sorry. Nein, dann erzählen wir hier mal die Welt. Da oben ist eine Burg. Ey, geil. Da will ich hin. Kann man die besichtigen irgendwie? Also, wir werden uns auf jeden Fall noch im Let's Play auch noch um die Map kümmern. Um die einzelnen Sachen hier uns anzugucken. Was es hier so gibt alles. Wie zum Beispiel die Burg. Oder natürlich ein paar Häuser. Vielleicht gibt es ja auch noch versteckte, ich weiß nicht, so Details. Wie zum Beispiel Skulpturen, Brunnen, Dörfer, Automaten, Mülleimer, weiß nicht was. So eine Kleinigkeit, oder? Weil da oben ist eine Burg und da fahr ich auch mal hin. Voll geil. Was steht denn da? Was ist denn das da? Was ist denn dies? Hm? Hm, das ist doch. Oh, Bienen. Oh, Bienen. Aussteigen. Oh, Bienen. Geil. Sind das Bienen? Sind das Bienenkästen? Hallo? Kann man was machen? Boah, ich warn euch, wenn die jetzt rauskommen. Cool, vielleicht kann man hier Honig produzieren. Geil. Ich würde jetzt am liebsten mit dem Traktor dagegen fahren, damit die alle rauskommen. Aber das mache ich lieber nicht. Ja, also sowas wollte ich halt noch in der Map hier erkunden, was hier so alles gibt. Wie zum Beispiel gerade diese Bienenkästen. Oder hier zum Beispiel dieser Hof da. Ist das ein Hof? Gaststätte? Nee. Doch. Oder? Nee. Nee, ist ein Garten. Hm. Wo muss ich jetzt hin? Achso, darüber fahren. Ah, okay. Cool. Mal woanders hin. Also ganz ehrlich, das Spiel, das macht echt Bock. Das könnte ich jeden Tag spielen. Hey, Vorsicht. Du bist auf meiner Spur, Freundchen. Wollen wir ein bisschen hier auf meinen Sprit aufpassen, nicht, dass ich hier irgendwann mal stocke. Jetzt kommt die Brück. Brück. Juhu. Ich mich freue. Geil. Oder kommen wir wahrscheinlich heute nicht hin, oder? Nee, da kommen wir nicht hin, aber die Brück erkunden wir beim nächsten Mal oder übernächsten Mal hier. Also die da hier. Na? Die sieht echt geil aus. Vielleicht gibt's da Gespenst oder so. Was ist das da? Was ist das hier alles hier? Kenn ich gar nicht. Ist das hier ein Sägewerk oder ein Bauern? Was ist das hier? Ja, das ist das hier? Ja, schauen wir mal. Ah, wir fahren eh da runter. Okay. Passt ja. Ah, wir fahren vorbei. Ja, okay. Cool. Erkunden wir hier mal die ganze Map da. Ist das nicht mein Hof? Nee. Ah, doch, das ist mein Hof, oder? Warte mal. Und ist doch? Was tut das? Doch, das ist mein Hof, ich depp. So, da sind wir wieder. Cool. Sind wir einmal rumgefahren hier. Das gekaufte Saatgut befindet sich jetzt in deinem Lager. Du kannst es einladen und mit dem Sehen beginnen. Vergiss nicht erst, die Saatmaschine anzukoppeln. Okay, das machen wir dann beim nächsten Part. Hier bei Landwirt 2014. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, machen wir daumen hoch. Wenn es euch gefallen hat, auch würde mich sehr freuen. Ein Abo machen. Du kannst zusätzliches Geld verdienen, indem du Feldarbeit auf den Feldern deiner Nachbarn verrichtest. Gerade jetzt benötigt ein Nachbar Hilfe beim Flügen. Ja, heute nicht mehr. Also, bis zum nächsten Part. Tschüss.